Das Jubiläumsjahr des Wochenblatts 2017 Zum feierlichen Rückblick hat das Wochenblatt seine Mitarbeiter in die Gems eingeladen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gab zwei große Programmpunkte. Der Rückblick aufs Jubiläumsjahr und der Ausblick auf die Zukunft. Den Ausblick gab Verlagsleiter Anatole Hennig. Inhaltlich blieb der Ausblick den Mitarbeitern am Abend vorbehalten. Wir können die Zukunft selbst gestalten. Ich bin der Auffassung, und da hat mich das Jubiläumsjahr und das Jahr vorher gestärkt, viele Jahre vorher auch schon. Aber ich habe in den letzten zwei Jahren etwas über Sie, über unsere Mannschaft, unser Team gelernt. Wir können unglaublich viel. Beim Rückblick galt es, den vielen Aktionen des vergangenen Jahres eine Bühne zu geben. Und damit die richtig in Erinnerung bleiben, hat das Wochenblatt sie beauftragt. Alicia Görlitz, Lukas Willmann und Cecilia Gölz. Diese drei Auszubildenden präsentieren den Rückblick des Jubiläumsjahres an diesem Abend. Sie haben alle Aktionen 2017 begleitet und aufbereitet. Viel Arbeit. Viel Arbeit, aber auch viel Revue vom letzten Jahr. Noch mal durchleben, was wir alles gemacht haben, wo wir ab dem Fall dabei waren. Und das Team hat klasse funktioniert. Sie können auf jeden Fall richtig gut Filme schneiden. Sie hat sich da richtig gut aus mit dem Programm. Auch schon, hat es auch in der Schule schon gemacht und interessiert sich da ziemlich sehr dafür. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, ist so eine sehr Stärke. Und Lukas behält immer meistens so das große im Überblick. Also so die Organisation, wenn man so einen Plan hat, dann macht man was. Lukas hat das dann immer ganz genau im Überblick und sagt dann immer, wir müssen auch das und das machen. Zum Beispiel als wir jetzt den Text geschrieben haben, oder was auch in die Präsentation am Text sein sollte, dass sie das zwar nicht gut formulieren kann, da hätte ich ewig gebraucht teilweise, um irgendwas so auf den Punkt zu bringen. Aber gut, ich war auch oft nicht klar. Aber sie hat das eigentlich auch alles noch das ganze Jahr so ganz normal im Kopf gehabt, fand ich. Fand ich auch ganz cool. Und daraus gelernt haben sie auch viel. Damit dann umgehen, dass insgesamt die Arbeit im Wochenblatt, der so an sich auch weiter ging. Und es war teilweise halt einfach schwierig, sich wieder das Projekt zurück in Erinnerung zu rufen, wenn man dann so wieder in einem gewissen Alltag, Alltagstrott jetzt von dem Azubi zurückfällt, so seine anderen verschiedenen Aufgaben hat und sich dann eigentlich schon in Erinnerung durch, das Projekt soll man eigentlich mal wieder machen. Das war eigentlich seine Herausforderung. Und wie habt ihr das gelöst? Ja, mit so Zwischenschritten eigentlich, auch mit so einem Zeitplan, den Mirai Elim ein Projekt zu machen, auch mit der Frau Hördi zusammen, wo sie dann schaut, wie es realisierbar ist, wann man was machen kann, wo sie uns vielleicht auch Luft schaffen kann, dass wir die täglichen Aufgaben mal ein bisschen zurückstellen können. Wenn man sich ein genaues Ziel gesetzt hat, dass man das dann gut erreichen kann, wie wenn es so schwammig gesetzt ist, dass man sich genau weiß, was sollen wir machen, als wenn alle wussten, was wir wirklich machen müssen, konnte jeder auch bis in unsere Einzelarbeiten. Am Abend kommt dann der große Auftritt der drei. Chefin Carmen Friese-Kroll. Und zwar haben die Auszubildenden das als Jahresprojekt gehabt, eine Präsentation von dem Jubiläumsjahr vorzubereiten. Und sie haben natürlich auch ganz tatkräftig letztes Jahr mitgeholfen. Deswegen auch ganz, ganz lieben Dank. Das war klasse. Und wir freuen uns nachher schon gleich im Anschluss auf die Präsentation. So, also wir möchten heute das vergangene Jubiläumsjahr ein bisschen über den Hut passieren lassen. Beginnen werden wir mit dem Kick-Off, der Jubiläumsausgabe, den Sofort-Themen und Serien des Jahres, dem Aschermittwoch, dem City-Fest, der Artur Meiers, dem Mitarbeiter-Gottesdienst, dem Rentenausflug und natürlich dem Mitarbeiter-Fest. Enden wird unsere Präsentation dann mit dem neuen Vivo 2018. Dabei gab es natürlich auch ein paar Punkte, die besonders im Gedächtnis geblieben sind. Das Mitarbeiter-Fest, das war ja Ende September und ich bin im September dazugekommen und das war eine schöne Chance für mich, ein paar Mitarbeiter gut kennenzulernen. Also eine Herausforderung war der Smiley, der ganz am Ende der Präsentation dann kommt. Der sollte zwinkern und da mussten wir eben eine Animation erstellen. Und das war dann doch schwieriger als gedacht, aber mit Hilfe habe ich es dann geschafft. Am 20. bis 23. Juli 2017 war das Projekt Arte Romayas. Das Arte Romayas sagen einfach, weil die ganzen Besprechungen von Arte Romayas, die waren dabei zu sein, in dem Planungsprozess dabei zu sein. Das hat wirklich Spaß gemacht und auch dann halt so. Man hat halt einfach so das Gefühl gehabt, dass man ein Teil von diesem echt coolen Projekt gewesen ist. Ich glaube, diese eine Seite, wo alle verschiedenen Logos drauf sind, mit der habe ich eigentlich angefangen. Und das war ziemlich witzig, die ganzen verschiedenen Logos zusammenzusuchen und die dann zusammen draufzustellen. Und man hat so verschiedene Archive dann durchschauen müssen und auch nochmal verschiedene Printausgaben vom Wochenblatt. Und hat sich nochmal so Stellen angeschaut, die man sich normalerweise nicht anschauen würde. Zum Beispiel das Logo vom Lieblingsplatz ist mir noch nie so aufgefallen, wie dann, als ich es draufgestellt habe. In der Bildergalerie sind allen aller Veranstaltungen, die von unseren Wochenblatt-Reportern besucht wurden, anzusehen. Und auch der Stockhafer Einkaufsführer zum Beispiel hatten Plätze gefunden. Arte Romayas auch doch schon. Weil da auch so viel Arbeit drin war von uns in so kurzer Zeit. Und wir so als Azubis wirklich auch mitarbeiten durften. Gleich von Anfang an ins Boot geholt wurden. Und alles gesehen haben von der Planung bis nachher, bis zum fertigen Projekt noch dort dann ja vor Ort waren. Und nochmal gefilmt haben. Und ja, eigentlich schon wussten, dass es ein ziemlich cooler Ausschnitt wird. Auch mit den Videos von dem Projekt, auch für dieses Jahr, für das Revue. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen noch heute einen schönen Nachmittag, Abend. Dazwischen blieb viel Zeit für Unterhaltung durch die Beastless. Und er meint nicht mehr nur krank, sondern süchtig. Ich ein Junkie? Kann das sein? Ist das richtig? Sie brennt eine lange Wahl, während der so ein Fall. Ja, ich fahr' ich mir schon mal gerne was rein. Also keine Lein, sondern viel mehr Läppchen vom Schwein. Und dann wachsend der Haar wieder wahnsinnig. Aber nur da am Morgen, am Morgen, am Morgen. Spitze Lippen, spitze Ellen, spitze Hüften, je, oh, je. Spitze Zunge, spitze Knie, der Frau, der Tom, der Tom. Und es blieb Zeit zum Schlemmen und zum Plaudern. Bis spät in den Abend. Und angestoßen wurde auch, sicher auch auf die nächsten 50 Jahre für das Wochenblatt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 www.h Elena Benzeltz.de Untertitelung des ZDF, 2020